Heute haben wir einen ganz besonderen Gast am Start, nämlich ist das hier der Feuerwehrmann Daniel. Hallo. Du hast hier ein ganz besonderes Talent, also das hier neben dir ist ja dein Hund Karl. Das ist halt so der Rettungshund und du bist der Feuerwehrmann. Und du hast hier ein ganz besonderes Talent, was du uns gleich präsentieren wirst. Und was soll ich sehen? Ähm, das was du eigentlich so kannst. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Wiu, wiu, ganz egal was auch passiert. Er bleibt ruhig unkonzentriert, denn er lässt jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Dem hilft dir in der Not. Alter, es hat mich gerade wirklich zum Nachdenken gebracht. Ähm, willst du irgendwann, wenn du so groß wirst, auch Feuerwehrmann werden? Ja. Dein zweiter Song ist ja, ähm, kleiner grüner Traktor oder roter? Kleiner roter Traktor. Das stimmt, tut mir leid. Singen wir uns das doch mal vor. Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Mit Jan am Lenkrad, geht er übers Land. Er ist kein Riese, aber mutig steht's. Kleiner roter Traktor. Büh, 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 los geht's. Leppi flirrt und der große Blau sind mit ihm gern unterwegs. Kleiner roter Traktor. Büh, büh, los geht's. Bin, bin, bin